so leute weiter geht's mit gebrüll wir waren gerade dabei zu schlafen genau um die schnecke auf zu mumpeln auf guter hätte ich gesagt so ok ich überlege gerade ach ne was hatten die schnecke hier noch in gift und das kennt man mal ausprobieren okay ob wir mal so machen wir mal hier noch mehr von den prägern garantiert nicht der 1 der scheiß die gefangst fasst gewollten auch apropos hier war ein loch wo kommen daraus ok save lp36 wer wohnt oh secret found na hallo protection 1 und 15 prozent schneller cooldown für alle aktionen das heißt das wäre eigentlich was für sie hier sehen ob das was bringt so hier scheinbar der ausgang so gucken wir mal wer hier wohnt nicht nicht nichts geht es noch hier lang und wo geht es dann noch gesehen hier sind auf der anderen seite so hier ist nichts wenn ich mich nicht vorgucke stellen oder genau hier gibt es gar nichts nicht das geringste geknämpel überhaupt nicht das ist ja noch ein gewöhnlich oder auch vielleicht sicher wieder der hälfte okay aber für die winter hilft so was hier brauchen wir uns schlüssel wo es hier lang geht druckplatte da weiß was da wieder alles erscheint das ist aber nichts gutes zu bedeuten ich höre schon an ich höre schon was erscheinen dort flatter männer und da ist wie viel auch hier hier auch das kann doch nicht wahr sein das kann ja wohl nicht wahr sein na was ist denn das für eine kacke was war denn das jetzt von scheiße ja richtig scheiße da stehen da auf einmal vierfläche vielstuhl vor dir die ganze zeit speicher abgär was blödes aber auch so das war nur eine verkeiung naja ich muss noch mal die war noch durch die zwischbringe jetzt nicht sonderlich heile die jungs sowas fies ist aber auch schüttet habe ich wieder nicht umgeguckt muss ungefähr 20 gewesen sein ach ja in letzter zeit sterben sie hier wieder fliegen so ok diskutieren wir das mal aus wir diskutieren das oft mit einem safe game aus so weil sie von hier kann ins raus dem konnte man quasi oder wenn ich ganz schnell bin genau und jetzt machen wir das mal anders hier so 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 geben meine freile das war noch nicht nur zwei das war noch mehr das war noch nicht nur die zwei hier genau ja ich bleibe stehen ja ich habe alle pete hier drauf kannst du vergessen mein freundchen das ist doch einer weggenippelt warum ist denn jetzt weggenippelt hier das ist jetzt nicht nochmals wir noch einmal ja 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 gibt ja mal die kämpfsterne ja wir sind denn das letzte sache mal unser bestes auch hier ok wozu heller auch quatsch ich bin hier falsch hier geht es noch lang hier rechts erbiegen hier ich glaube ich habe es ja kaum ja alle halb verreckt das ist also gar nicht so schlecht das ist also gar nicht so schlecht wenn das jetzt hin bist du das noch ich hab's wieder vergessen ich glaube ich bin jetzt die fiechter übste viel ne halt das war doch das mit diesen verkackten ich habe mich gerade total verurte ach sag jetzt nicht ich muss wieder durch dieses ganze ding hier durch dieses blöde rätsel durch eine hallo keine ahnung wo das lang ging ich habe keine ahnung ich glaube es war schon so gut wie hinten habt ihr es gesehen so was blöd ist aber wo auch ich bin jetzt mal ich bin jetzt mal ich bin jetzt mal Da war ich ja auch noch nicht. Genau, da wollen wir mal hinten hin machen. Wie komme ich denn da wieder hin? Egal, auf jeden Fall sind wir hier falsch. So, und zwar müssen wir hier, glaube ich, ja. Ja, das sieht gut aus. Die Richtung haben wir gegrillt. Oh ja, ich bin wieder da. Du Mistvieh. Oh, da haut es natürlich ganz schön zu. Die wird sich nicht noch mal jürgen. So, oh je. Nee. Vielleicht steht hier noch irgendwas? Nee. Hier ist kaum ein Schlüssel haben wir gefunden. So, Moment. Der Karat ist vergiftet. Hat doch ein bisschen viel noch vergiftet. Oh, das braucht lange, gell? Das Gift. Wie das weg geht. Hm. Okay. Wie ist denn eigentlich? Wann kommt denn hier mal wieder ein Level ableiten? Das dort noch ewig? Das dort noch ewig. Das dort noch ewig. Das dort noch ewig. Ach Quatsch. Äh. Oh, hier ist was. Oh, was haben wir denn hier? Oh, das sieht ja interessant aus. Was ist das denn? Energieregenerationsrate plus 20. Futter minus 10 also. So. Was hat er hier? Äh. Was hat er hier? Äh. Was hat er hier? Was hat er hier? Äh. Äh. Der hat ein Mist hier. Kriegst du das hier? Ja. So. Sag mal, wen habe ich vorhin? Ne, die habe ich hier so ein Armband gegeben. Heilungsregeneration plus 20. Aufrüst wie ein Scheffelsdrecher. Da hat verhältnismäßig schnell vorhin geschossen. Hier habe ich gemerkt. Das ging ja hintereinander weg. So. Noch irgendein Knopf an der Wand. Futter. Äh. Ja, was ist das gleich? Das sieht ja hier aus. So. Knopf. 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 Zumindest ein Zoeskehen. Das kann natürlich auch wieder blind sein wie so ein Meerschwein. Nix. ok schlüssel wenn ich diese geräusche links von mir höre das hört sich so fies an ich vermute der schlüssel ist für hier ich habe richtig vermutet so mal die kollegen hier aufladen auch nicht schreck gekriegt ich dachte es geht es ja schon wieder los mit irgendwelchen fremden viehzeug vielleicht mit der maske machen komisch kacke kacke ja du kannst dich mal du ausschlag und jetzt das noch immer ich habe gerade gesehen kann ja wohl nicht so zu erschrecken hier alle maschinen und mechanismus arbeiten in dem tanken was alle aber eine auch was mit dem tunnel unten aha also alle maschinen arbeiten bis auf eine und da brauche jemand zum reparieren wenn ich das richtig verstehe das ist eben immer das ärgerliche eine simple billige textdatei würde ausreichen um das auf gut deutsch gesagt einen deutschen schlüssel zu können mit ihr wer es jetzt muss es lernt ihr müsst hoch ja Oh, warte mal! Ich brauche die Feuerwehrschützer. Wie sich das Eis mit sich aufheben? Ja, mit meinen Pfeilen, die Mistfuhre. halt die esse feste wie viele von den fiestern sind noch vermutlich werf nicht unintelligent gleiches feuerschild anzumachen jetzt sicherlich kannst du mich mal du bist vor ja also ich begegne und noch einmal ganz schön energie intensiv die jungs hier muss ich sagen mal die kräfte stopfen so ja ja wie sieht es eigentlich aus Da ist noch mal eine Falle. Gucke an. Oh, die muss aber auch woanders hingehen. Wo sind wir überhaupt hingefallen? Ach, hier sind wir hingefallen? Ja, das sieht irgendwie anders aus. Der erste zweimal sind wir hier und hier runtergekommen. Ich schätze mal, das ist ungefähr hier und hier. Also geht es in zwei Level eigentlich. Keine Ahnung, was du so auf Deutsch herst. Muss ich mal nachgucken. So, Zigarette ist fertig. Ich bin immer noch nicht dahinter gekommen. Es kann sein, dass ich vielleicht von hier aus rüber kann und dann hier werde. Das müsste ich nachher mal ausprobieren. So, das sollte man mal zumachen. Hier auf. Die Frage ist, kommt da noch einer von den solchen Vögeln? Bereiten wir uns mal vor. Speichern wir mal ab. So. Die Brieger kamen hier hinten. Ach so, da war die Sorge. Ja genau, da war ja dieser Frau mit den Schleimwellen. So. So. Wieder eine Falle. Ja. Ohne Frage, gell? Lange Rede, kurzer Sinn. Sprich, springen wir in das Ding darin. Niemand? Ne, Moment mal, jetzt sind wir wieder an derselben Stelle. Doch, jetzt sind wir wieder an derselben Stelle wie hier. Aha. Also da geht es definitiv nicht runter. So. Diese Falle also gehört auch noch mit dazu hier. Aha. Aha. Mhm. Ach, das ist die andere Seite von der Falle. Und hier? So. Habe ich es noch gerade geahnt. Denn jetzt war das Maul dahinten da. So. Und wie komme ich jetzt hier rein? Na. Gut Flug oder wie? Na, da machen wir erstmal negroschen hier. Oh, jetzt haben wir Hunger. Gut. Dann müssen wir die ersten mal füttern, die Jungs. Ihr habt doch genug bei euch. Hier. Guck mal. Hm, lecker. Und du? Du hast zu viel dir. Gib dem was ab. Der ist hungrig, der Frosch. Ach so, ist ja kein Frosch. Ist ja ne Echse. Lizzardman. So. Safe. Tchaka. So. Und. Wer schießt? Keiner. Knopf. 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 Lizzardman weg. Ich will den Sehgesicht jetzt gerade nicht sehen. Ach, jetzt sind wir wieder hier auf der Seite. Jetzt haben wir hier auch schon mal runtergestürzt und hier genau rausgekommen. Bin ich schon Kerrer oder wie? Wir waren von hier zuerst runtergesprungen. Richtig, gell? Hm. Na, wie komme ich jetzt? Hier muss noch auch ein Knopf sein, der hier durchgeht. Ach nee. Ach na, hallo. Ist hier noch ein Knopf? Nee. Wie lösen wir jetzt dieses Vieh auf? Da vermutlich den Deckel hier zu machen und das Ding hier zu macht. Na, jetzt bin ich aber total baff. Nicht wirklich so. Das ist doch bestimmt mit irgendeinem Trick verbunden hier. Hier war ja bloß das Ding. War ja ein Knopf an der Wand, den ich nicht gesehen habe oder was? Oh, oh. Ein lustiges Rätsel. Moment. Also das ist definitiv keine Klappe. Das kann doch nur von der anderen Seite aus gelöst werden. Wo? Was habt ihr jetzt wieder? Was habt ihr jetzt wieder versteckt, der Saune? Irgendwas haben sie jetzt wieder hier versteckt. Ich kann aber auch nirgendwo drauf drücken. Nichts. 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 Ein Eisding rüber schießen bringt irgendwie auch nichts. Wenn ich hier den Knopf drücke, geht das Tür zu. Das bringt ja auch nichts. Also die muss ja auf sein, das Tor. Ja, jetzt hänge ich hier fest. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt total schleierhaft, wo das ausgelöst werden soll. Weil ich sicher weiß Gott nicht einen Knopf. Nichts. Gar nichts. Ich meine, wir sind ja nur oft genug da unten reingestürzt, um zu wissen, dass da unten auch nichts ist. Oder ist da unten doch irgendwas? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Nichts. Bin ich ein Kerl oder was? Vielleicht doch hier hinten irgendwo. Nee, hier ist noch nichts weiter drin. Diese ganzen Schneckenfieste da waren nicht. Das habe ich dir alles angeguckt. Da ist doch hier die Wand angeguckt. Wobei ich höre hier drüben auch noch Flattermänner, gell? Ja. Leider. Jetzt bin ich aber total überfragt. Das kann doch jetzt nichts mit diesem komischen Tor, was wir gesagt haben, zu tun haben, oder? Wie löse ich dieses verblödete Teil? Ich habe gedacht, dass man vielleicht die Fackeln wegnehmen muss, hier aber. Da kommt nur ein Schuss von dort. Aha. Da kommt ein Schuss von dort und von dort. Da kommt noch mal. Ja, ja. So. Da verkackern kannst du dich selbst. Du misst vor. Ich krieg das schon raus, wenn man genug Zeit gibt. Aha. So funktioniert der Geschiss. So. Mal speichern. So. Seht, dass es uns wieder immer platt haut. So. Okay. Ich sehe es schon wieder grün leuchten, gell? Was sagt dir das? Meine Freunde von der Schleimpaktion. Ja, du schleimige Schleimpaktion. Eins aufs Maul hier. Ja. Ja. Ich kann mir auch noch die Wicker. Ja. Das hört aber langsam mal aus. Du Mist. Oh, was will das? Ach, du heiligverstoßer. Ich muss ja schon wieder geleuchtet haben. Wobei. Äh. Wir hatten doch irgendwas mit 8 Schleimbälle. Äh. Wir haben bloß 8 Schleimbälle. Ah, ne. Die hebsch mir lieber auf. Wo war ich zu schlafen? Die hebsch mir lieber auf. Die 8 Schleimbälle. Futter haben wir momentan genug. Ich gehe auch noch mal zurück auf jeden Fall zu den Schnecken. Und holen wir dann noch ein paar Dinger. So. Ja, die Frage ist immer welches. Ja. Mach erstmal hier zu. Ja. So. Jetzt mach ich mal auf. So. Komm her Schleimi. Schleimi. Du Schleimvieh. Komm her. Ah. Zwei. Ja. Kriegst du erstmal einer drauf. Ach Quatsch. Fernkampf. Ja. Kann ich ja so passen. Ja. Kann ich ja so passen. Ja. Ja. Mit meinen Pfeilen. War auch niemand vergiftet. Nur einer. Oh. Halt. Das geht ja noch. Wenn nur einer vergiftet ist. Das geht ja. Aber wenn ich mir überlege. Was ist denn mir vor. Wie problematisch die Viechter waren. Wo ich mir die Armbrust geholt habe. Da waren ja auch 86 Viechter drin. Jetzt ist der auch noch hungrig der Kollege. Gut. Dann ist was. Hier kriegst du den Schinken. Guten Appetit. Und du wartest mal schön. Warte. Nee. Du wartest nicht. Du kriegst die Fresse voll. Komm her. Auf das Maul guckst du. Zack. Da noch eine. Da noch eine. Hier. Bang. 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 Na. Schatter. Da. So. Noch mehr von euch Briedern. Egal. So. Und jetzt schlafen wir. Wie kann er noch da ist. Ach guck. Da hat sich geheilt. Da hat sie sich geheilt. Während dem Kampf. Irgendwie scheinbar. Denn eben war so noch der Charadan. Der da. Äh. Ein wenig. Versäucht war. So. Können wir auch ein bisschen hin. Wir brauchen dich. So. Und. FG. So. FG. So. Wir gucken ja hier wohnen. Oh. Ein gedönes hier wie Wolke. Das war garantiert nicht die Ähnliches hier rumschlichen. Ups. Was haben wir hier. Noch die sind verkackte Dingsaxt hier. Wurfachs. Was hat die gehabt. 15 und was haben die sterne 11 zumal die wohl schneller sind schnell doch dahinten leuchtet schon wieder kriegen so jetzt hier was auch immer die glüte ist auch ich habe das kann sein bald zum kleinen hier wieder so ein armband aber diesmal befinden resistenz gegen feuer hat noch kein armband ob das schon was geht geht auch noch geht gut knochen amelett weg dafür wozu sind wir hier gelandet da muss ich auch ganz genau gucken wo sind wir jetzt ich weiß überhaupt nicht mehr wo wir sind auch hier und wie so tanz ich denn die ganze ich bin ja noch gar nicht fertig wie so tanz ich hier schon die ganze zeit hier unten rum egal ja ich muss nicht mal so reingekommen so wende angucken die wende angucken nichts irgendwas oder was ist das da das ist eine säule nichts 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 so und den wind sehe ich auch nichts das hört sich vielleicht gemein an knapp okay hier eine kette zum ziehen ist hier hinten das hat doch nichts gutes zu beteiligen hier das ding hier da passiert doch bestimmt irgendwas total blödes auch hier hat sich versteckt der kollege hier ich glaube es ja wohl nicht ja mit meinen pfeilen aufladen ich bin mir nicht sicher ob ich überhaupt hier richtig bin also an den wänden sehe ich eigentlich überhaupt nichts wenn ich mich nicht total verglatzt habe ach was ist denn das hier schleimig komm her doch kannst du weg komm her kannst du gehst mein freund druck kacka die sind vielleicht so hier oh ich glaube da hinten ist ein beam ding ich glaube das beam ding führt anüber nicht dass er auf die blöde idee kommt hier lang zu laufen oder dann auch nach links zu laufen komm her schnell zu fehlern fühlte er sich belästigt denn hier kommen wir doch garantiert nicht drüber oder aber wir könnten hier reinspringen wir könnten hier reinspringen wobei wir das natürlich auch erst im nächsten Park machen könnten ich sag dann mal tschüss und weg euer Charatan